Und dann versuchen so schnell wie möglich eine kleine Knarre zu machen. Oh shit, da landet auch einer. Ja. Ich glaube, das wird nicht gerade unsere beste Runde. Was, wo ist er? Der ist er. Boah, das wird hier ein Prügelkampf. Hat du durch einen Kopfschuss mit Schlag ausgenommen, weißt du? Ah, fuck. Jo, das war mal eine richtig... Mit Schlag getötet. Ja, echt mal. Ja, echt dir. Ich wieder mal. Nächste Mal dran denken. So, ich nehme jetzt mal Sunblocker mit und dann... Sunblocker. Ja, klar. Wer da heißt jetzt? Haben sie ja gemeldet diese Woche. Keine Ahnung. 35 Grad aufwärts. Oder Stefan. Ich weiß nur, dass bei uns in der Regierung gerade stinkt, oder was? Nee, bei uns haben sie echt 35 Grad gemeldet. Warte, das wäre ja nichts für mich, ne? Nee, für mich auch nicht. So, an deiner Stelle würde ich abhauen. Ja, wohin denn? Weiß ich nicht. Fäch. Oh, da ist die Tommy Gun. Hey, hey, vergesse ich. Halt, da ist die Tommy Gun. Oh, schon leer. Was war das? Was ist dann nicht gesund? Nein. Sollen wir gleich am Anfang rausspringen? Vielleicht was. Okay. Alex, springen wir gleich am Anfang rausspringen? Nein, dann machen wir alles. Das ist richtig. Ich bin raus. Yes. Woher gehst du denn hin? Wo in die Richtung? Hoppala, Richtung Belgierchen. Wollt ihr mal. Ich peile, das ist riesige Anwesen da unten an. Okay, aber sei vorsichtig, dass du nicht in der Haltung, quasi Containerhafen, also da wirst du. Okay, ich peile das doch nicht an. Okay. Ich peile die drei kleinen Häuser an da. Ich peile die Container. Ich nehme meine Markierung weg. Ich bin jetzt da, da wo jetzt die gelbe Markierung ist, da bin ich. Das ist nur, dass du Bescheid scheißt. Was? Ich bin unten. Ich lande auf dem Dach. So wie das aussieht, nee, doch nicht. Jo, ist ja doch besser als irgendwas. Ich lasse hier irgendwas in. Polizeiweste. Nein, der Waffe wäre besser. Kannst du geschützt weglaufen? Ja, Stufe 2. Ah, mein Doppelläuf. Mein letzter Lack, den ich mal hatte, war echt, da bin ich gelandet, Helm Level 3, Rucksack Level 3. Ja, das war echt Lack. Dann stand ich da allerdings fünf Minuten ohne Waffe. Ich habe eine Doppelläufige gefunden. Ich habe leider bis jetzt nur eine kleine Wasserpistole gefunden. Oh, Pump-Action. Und zweimal so was. Komm mit. Frau Stiefel, Mantel. Großbrunctivier. So, Belgisch, nochmal Richtung. Wenn du gut equippt bist, kannst du gerne schon herkommen. Füßt. Füßt, ja, dass ich nicht gut equippt bin. Ich habe im Original zwei Schrotflinten. Okay, das verdienen. Das ist zu viel. Ich lausche mal die Doppelläufige nachher aus. Hoch-Punkt-Visier da drauf. Wie kann ich den Feuermodus umstellen? Mit B. Okay. So. Da drüben, dann lauft man da mal hin. Hui. Digga, aus deiner Schü... Oh, was, ich kann nicht. Deine Schüsse kommen in Richtung. Aus deiner Richtung kommen in Schüsse. Das ist meine... Ja. Aber die höre ich immer relativ leise. Deswegen vermute ich mal sind die noch einen Tick da weg. Es lade eigentlich dieses Eisgewehr nach. Das machen wir durch eine Tür laufen. Und das würde man nicht machen. Die ballern daher bei den Containern rum. Containerhafen ist immer eine Menge los. Ja, hier wird gerade auch ordentlich geballert. Ich versuche jetzt einen kleinen Umweg zu gehen. Und dieser Umweg beinhaltet eine fette, fette, fette Klippe. Wasser. Ich weiß nicht, ob ich hier drübe schwimmen will. Würdest du nicht empfehlen. Nee, aber dann muss ich durch den Containerhafen durch. Lass mich raten. Das würdest du mir auch nicht empfehlen. Ich habe eine Pfanne gefunden, der Tagesgericht. Was hast du gefunden? Eine Pfanne. Oh, oh, oh. Und? Das kann sich einfach so ändern. aha okay bei mir kommt also auch fallschaden wenn man ins wasser springt so wenn du bist dann auch in dieser stadt so auf der suche nach nach vernünftigen ich habe mal in so ein kleines gefährt hier gefunden das boot boot ist gut das behalte auch das boot ja ich denke das ist das dann mal rüber beispielsweise wir müssen gleich flussaufwärts fahren so ich bin gleich verliert du bist oben ich bin ganz oben ich sehe mich ja noch ein bisschen um ja viel ist hier aber nicht von also schrotflinten hier so ein zweier rucksack keine bumme ist hier noch ich habe so eine hier ist ein rucksack stufe zweifel zu brauchen gerade schon gesagt dass das eine millimeter munition ich habe ein schruttgewehr unten in unserem sturmgewehr habt ihr hüten zum sturmgewehr so eine bumme die bumme die knarre bricht an die alle die ja wo ich bin boden oder richtung boot und dann flussaufwärts fahren so schön wenn wir über die straße gehen gucken wäre doch schade wenn uns bei jemanden hier steht das schmuckstückchen ich hoffe ich bin nicht zu weit an land gefahren jetzt auf jeden Fall kacke kann man das ding irgendwie anschieben nein ja ok dann wie weit müssen wir ja das stimmt wir sollten uns eine karte suchen deswegen glaube ich schon mal zur stadt anfangen ja warte mal ich bin nicht schnell mein pferd schatz ist mir natürlich da war's wieder bleib hat er ja wir haben das ja für alle die die ganz starke sobel brauchen der neue dacia duster jetzt am 12 kacke was ist das eher eine scheiße wie sie alle die Tage im Video gefahren habt. Oder Chris? Chris war dieses Selbstmordfahrer. Das ergibt es ja auch gar nicht. So! Melga! Können wir Vermeckes anhalten? Nein! Was? Da war doch der Trypin! Ah! Ich fahre nicht zu Meckes, ich fahre nicht zu Burger King. Actosa! Melga wollte nicht anhalten, Vermeckes. Melga, was ist los? Melga! Ja! Dann hast du das Auto letztes Mal geputzt und hier steht das. Du musst doch das komische Tor schon gucken. Geh hin, blieb auf drittend, Alter! Andere zu Meckes fahren, aber frierlich ist er. Aber ich bin nicht zu Meckes. Boah, ich muss mich hier erstmal raushalten. Hier steht's, wenn er... So, hier wieder. Dann können wir noch ein bisschen ablooten. Was willst du denn looten? Das kannst du haben! Ja, das kannst du haben! Ja, das kannst du haben! Ja, das kannst du machen! Ja, das kannst du machen! Wirklich schliefer eins. Auch kein Mensch hier. Du hast ja noch nicht mal einen Helm. Oder ruiniert er deine Frisur? Ja, klar! Ey, der Pferde schwarz ist nicht verdeckt hier. Jo, ich will da gleich ins nächste Haus. Nehmen wir das kleine da. Ticken oder was wir brauchen! Taktisches Lager! Viel Schrot! Mit der Zeitstufe 2 hattest du schon, ne? Ah, das kann ich ja 2, hast du? Das ist, ich hab' einen Mantel. Das ist noch keine Weste. Ich hab' einen Tarnmantel. Eine Polizeiweste. Eine Polizeiweste. Okay. Das ist ein Stück 2. Ja, deswegen sag' ich 2. Das ist noch ein Millimeter. Hier ist noch ein 1,2,5. Nein! Fäger! Ja, dein Frisurs ist mir scheißegal. Bist du oben in meinem Haus? Nein! Kommst du mal bitte? Ich komme. Bist du der Meinung da oben? Ist einer oder? Jo. Also entweder was deine Rumpeln, was ich da jetzt noch gehört hab. Hier ist nichts. Das ist gut. Das ist aber gewundert, oder? Bootsbank-Tüse hier. Sehr schön. Ich höre hier. Ich höre hier. Baller. Es wird wieder geschissen. Jo. Das schauen wir mal weiter hier. Da war ich schon drin. Da. Weich. Oder auch nicht. So. Such a Fade. Ja, klar. Gut. Ich muss jetzt den Linken langsam in der Brücke einordnen. Und... Turbo Boost! Das macht mit dem Auto auch nichts. Nee, du musst noch festhalten. Trotzdem, der ist auch nicht hier allzu fest. Hier, KMA. Ja. Oh, den Jeep. Wollen wir den nehmen? Ähm, ja. Hehehe. Den Tötung knackt euch. Ja, wir fahren aber nicht mehr drüber. Ja, wir fahren aber nicht mehr drüber. Bei der Blocke noch. Und dann... Und dann... Bist du eigentlich... Die Blocke... Die Blocke... Die Blocke... Die Blocke... Die Blocke... Ja, aber die gelbe Markierung ist... ... ganz drauf hier. Ah, da ist sie. Absolut. Oh! Vorsicht. Da sind Alperregel. Das sind aber große Wände, ja? Die Schiffe, die auffektiv fatigue. Dies, bei anderen всем. Die Blocke... Du tritt nur für Betriebsangehörige. cot right,ivat van school. Du tritt nur für Betriebsangehörige? ich würde jetzt nicht rausgehen ja nicht gerade das beste aus mit den ganzen deckern drinne das stimmt wohl oder das nächste er wurde auf jeden fall schon gelotet und hat die Tür mal zugemacht gut da sind wir schön in der Zone ich glaube der schießt doch nicht mehr weg weg aber noch nicht auf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020